Osaka fiel Umstellung vom Hartplatz auf Sandplatz nicht leicht. Die Japanern sagte, auch interessant die im Comeback-Nacht-Start in Monte Carlo möglich. Es ist hart zu wissen, dass sich nicht so viele Winner schlagen kann. Dadurch dauern Punkte länger. Im ersten Turnier auf Sand in 2018 gelangen Osaka dennoch 22 direkte Gewinnschläge, denen 19 unerzwungene Fehler gegenüberstanden. Der Japanerin gelangen drei Brecks, nach 83 Minuten stand ihr Sieg fest. Die Nummer 11 der Setzliste, Daria Gavrilova, hatte in ihrer Erstrundenparty deutlich mehr zu kämpfen. Gegen Nummer 131 der Welt, Ons Jaber, setzte sich Australierin nach einem desaströsen ersten Satz nach einer Stunde und 49 Minuten mit 1 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 3 durch. Der gesamte Artikel Stevens braucht Ruhepause Stevens gab indessen bekannt, dass sie nach ihrem Triumph beim Turnier von Miami auf ein Antreten verzichten wird. Punkt, 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 Punkt. Sie teilte in einer Aussendung mit, es tut mir leid, dass ich nicht in Charleston spielen werde. Mein Weg zum Miami-Titel hat mich komplett erschöpft, sowohl körperlich als auch mental. Stevens gewann das Turnier vor zwei Jahren, als sie Elena Vesnina im Finale bezwang und ihr bis dato größtes Turnier gewann. Andrea Petkovic scheiterte am Montag in Runde 1, während Laura Siegemund ein perfektes Comeback auf WTA Tour ablieferte. Video, so schnappte sich Kerber-Bezwingerin Stevens den Miami-Sieg. Video, so schnappte sich Kerber-Bezwingerin Stevens den MDR-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-N-D-A-